ok freunde willkommen für weitere part von let's play lego city undercover bin jetzt hier schon im ersten level ich habe jetzt schon ein bisschen was gemacht aber nichts aufregendes ich habe da ein farbautomat gefunden und eine tür geöffnet da gab es einen trocken für den charakter den fahrzeug trocken gab es da und ihr habt die erste mission gesehen ich habe auch schon ein paar dinger hier gepflanzt das jetzt nummer drei und wir haben jetzt hier unten habe ich schon drei solche solarzellen gebaut dadurch konnten wir jetzt den ventilator aktivieren der jetzt hier hoch bringen zum roten stein okay wir haben den roten stein gefunden also das ist für mich ist ja das wichtigste mit den wollte ich wenigstens gezeigt haben ich habe jetzt leider irgendwie die aufnahme nicht gestartet habe jetzt schon ein paar kohle habe ich noch gemacht in der stadt und ich habe wie ihr seht die kostüme verändert der zivile chase hat jetzt da eine risur eine brille und mikro der bauarbeiter hat jetzt so einen coolen musketierhelm und ein hawaihemd an der feuerwehrmann hat jetzt ein spartaner helm statt feuerwehrhelm auf der ist noch so wie vorher der hat jetzt den roten raumanzug obwohl ich nicht weiß ob der helm jetzt ein raumfahrer helm ist oder nicht aber ist auch egal er hat jetzt den roten raumanzug an und auch so eine cool sonnenbrille den brauchen wir hier ja die anderen habe ich nicht groß verändert hier ist nun zehntausender stein da bin ich ja jetzt rüber geflogen mit dem rastron der hat jetzt eine flugfunktion also jetpack zusagen und wir machen jetzt noch mal kurz den hier ist ein charakter top das ist ein fahrzeug im moment das ist ein charakter wenn ich richtig sehe das ist ein fahrzeug im moment da wir müssen ja auch wie wir könnten da oben doch die stein oder brauchen wir jetzt nicht die Wir haben hier ein verstellbares Auto, haben wir auch schon mal öfter mal gemacht, bis ein Mal, glaube ich. Wir haben Konrad Peters. Ich möchte eigentlich alle Missionen nochmal durchspielen. Ihr habt jetzt wieder ein bisschen was verpasst, aber es ist nicht weiter wild, was wir... Ich hasse diesen Typ. So kaputt machen wir den Bergner am besten, weil der keine Schusswaffe hat und der Bauarbeiter mit seinem komischen Ding. Aber erst mal jetzt Nummer 4. Zack. Und 5. Ich habe gesagt, Münzen ist jetzt... Sekundär wichtig. Wusste gar nicht, dass ich so ein guter Turner bin. Da ist der letzte, das dürfte ein weiteres Polizeiwarteil geben. Ja genau, hier kommen wir jetzt hoch, genau, ja wie gesagt, ich mach die Levels nochmal, naja, so eine haben wir auch schon, auf dem anderen nach niemanden, so ähm, äh, die Tast hier. Das ist die zweite und eine müssen wir noch finden, das wird auch eine Polizeimarke wert sein, schätze ich mal. Aber hier habt ihr den Roten Steiner gesehen, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf was das ist, den wollten wir jetzt auch mal aufschreiben, aber eigentlich gibt's. Ähm, wir brauchen den da, wir haben den Steiner. Schon wieder 10.000er Steiner, ok. Aber eine halbe Million wollen wir ja nicht verächten. Die können wir nochmal pflanzen, den Farmer. Ja, ist natürlich dazu da, um an die 1.000 Steiner zu kommen. Die haben jetzt 48.000, äh, die wert sind, ja, 3 Millionen haben wir ja schon gesammelt. Beachtet mich gar nicht. Sooo. Das wären dann zwei. Zack. Ah, hier. Auch noch ein bisschen Geld, so. Aber eigentlich brauchen wir doch gar nicht zurück, oder? Das ist doch eigentlich jetzt sinnlos. Würde ich jetzt nochmal zurück wollen. Ich weiß nicht, da müssen wir aber noch rein. Von oben scheinbar. So, ja, hier diese haben wir ja auch schon. Die haben wir beim ersten Mal durchspielen schon gemacht, glaube ich. Ja. Aha, ok, hier können wir jetzt. Rein. Und die Astronauten. Gelb, blau, rot, grün. Hier kriegen wir. Dynamit. Dynamit. Ok. Die können wir ja noch. Der normalen Angriff fertig machen. Da ist nur noch der Anführer. Aha, wir brauchen Dynamit, um hier reinzukommen. Alles klar. Ja. Es gibt auch einen roten Stein, der uns unendlich Dynamit verleiht. Und das ist natürlich auch sehr hilfreich. Und natürlich mal wieder zu dicht dran. Ok. Hier haben wir das letzte Fahrzeugtoken. Die tun uns scheinbar nichts. Ok, wir brauchen jetzt nur noch... Das können wir hier wunderbar auch mal nachgucken. Zwei Polizeimarkenteile. Eins kriegen wir für die... ...letzte Antenne, glaube ich. Für die... Ja, ich werde es schon sehen. Ich bleibe ich jetzt nicht aus dem Kopf. Und eins für diese andere, für diese komische Bandar-Anlage, oder was, die wir da aktivieren müssen. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ok. Das hatte ich gar nicht auf dem Sturm, dass wir hier einen... ...ähh... ...dings brauchten oben. Oh, das war's. Okay, was ist denn? Da gibt es noch eine Radaranlage. Oder weiß ich was das ist. Ich dachte, da liegt eine Schüssel oder weiß ich nicht, ob man das ist. Nein! Fertig. Und immer noch kein Anzeichen der Lego City Polizei. Ich bin schockiert. Wo bleiben sie nur? Wir bleiben hier weiter am Ball und werden über alles wichtige berichten. Bis dahin geben wir erstmal zurück ins Studio. Ups. Du musst dir schon mehr einfallen lassen, um mich aufzuhalten. Warum habe ich nur die Klappe so weit aufgerissen? Moment! Jetzt schickt sich doch jemand der Lego City Polizei an, hier mitzumischen. Und es sieht nach einer Verhaftung aus. Für sie vor Ort, Conrad Peters von den Kanal K Nachrichten. Ah, den haben wir ja vorhin gerade gekriegt. Den Typen, stimmt. Na, ich hoffe mal, wir haben jetzt noch nichts verpasst, Freunde. Das wäre sehr ärgerlich. Komm schon, gib endlich auf! Das 5 Millionen haben wir schon. Oh, der Matrix Stunt. Okay. Okay. Ah, shit. Wir kommen doch direkt in die Sequenz. Hilf mir! Sonst kann ich! Ich hab ne Frau und zwei Goldfische! Nimm meine Hand! Sag für wen du arbeitest! Äh, für! Äh, äh! George! Äh, George! Fah-ta- Benson? Barry? Ja, komm schon! Ich kann nicht! Der nimmt mich auseinander! Okay! Ich arbeite für Rex Fury! Rex? Wo ist er? Keine Ahnung! Er meldet sich nur per Telefon! Und wer weiß es sonst? Was weiß ich? Vielleicht Blue! Er ist im Albatross-Gefängnis! Geh zu ihm! Aber lass mich bloß nicht fallen! Ah, ha, 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 ha! Ah, ha, 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 ha! Ah, ha, 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 ha! Ah, ha, ha, ha! Ah, ha, 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 ha! Okay, wir haben irgendwo noch mal da, Anna, verpasst! Na ja, ich bin ja gar nicht mehr an der Hand. Ja, okay, Freunde, jetzt mach ich den Offscreen nochmal. Den müsst ihr ja jetzt nicht nochmal mit angucken. Ah! George? George, Vater Bensonbury? Hey! Lange nicht gesehen, Dave! Ja, ha, 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 ha! Ja, ha, 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 ha! Ja, ha, 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 ha! Ja, ha, 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 ha! Schnellbau! Ja, das ist schön. Wieder bei einem, noch krass, schade. Ja, das mach ich Offscreen. Wie gedacht, das ist jetzt unwichtig. Ich schalte nur einen Golden Stein mehr für Ronald Peters. Wie wir gerade gehört haben, wir hatten ein Auto. Natürlich einen Legosity-Helden. Neun Millionen Steinen sollte man annehmen, nicht wahr? Da waren es fünf Millionen, ich weiß gar nicht. Ja, wie gesagt, ich habe noch die 16 Steine gekauft. Ich glaube, ich habe jetzt natürlich etwas weniger Geld, aber durch den Multiplikator werden wir natürlich schnell wieder alles voll haben. Okay, ähm... Das ist ein Notfall! Na klar, keine Ahnung, wo ich bin! Na, was machen wir jetzt, Freunde? Wo sind die beiden Autos jetzt wieder da? Ah, ne! Ah, okay, jetzt sind sie wieder da. Dann werden wir mal jetzt... Ähm, hier werden wir den hier auch ein bisschen aus dem Weg fahren, damit wir... Dann werden wir jetzt mal diese Mission mit dem Verbrecherauto machen. Hier. Oder zumindest versuchen, nicht wahr, Freunde? Weil natürlich werden wir uns versuchen, die Polizei wird versuchen, uns natürlich aufzuhalten, logisch. Ja, wo du's mal los, Mann, danke. Hey! Hallo! Wo kommen die denn her? Da ist schon der Erste. Autsch! Wir müssen zum Flughafen fahren mit dem Auto. Da haben wir uns ja auch schon mal ein bisschen umgeguckt. Und... Das... Joppen, zwei... Einen Hölf, Tomlins. Einen Hölf, Tomlins. Wir müssen doch auch hier... �ig. Ah, nee. Das ist die falsche Richtung. Da geht's ja nur so vorher. Das ist eine Sackgasse. Aus dem Weg! Hier habe ich auch immer noch nicht den roten Steigen gefunden in Paroda. Toll, der erste fette Treffer, schön. Oh komm, lass mich in Ruhe. Dann muss ich ruhig später an die Werkstatt. Ach Mist. Ich komm später nochmal und geb ihm die Versicherungsdaten. Hier könnten wir auch schon ein bisschen was machen. Jetzt fangen wir jetzt. Oh, da war ein Rackertum. Ja. Na toll. Das ist Kielke bis Juni für den scheiß Charakter. Mal gucken, ob wir das noch schaffen, ist nicht mehr weit. Das hätte ich nicht machen sollen. Aber da hätte ich woanders langfahren sollen. Ich hätte mit dem Querfeld einfahren sollen. Na ja. Da jetzt erstmal. Das ist nicht mehr weit, Freunde. Wir schaffen das. Platz. Wir sind gleich da, Freunde. Wir haben das gleich geschafft. Was denkst du dir so? Jawoll, Freunde. Ja. 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 Das ist ein Teleporter, der zu zwei Steinen und einem Token führt. Hier ist wahrscheinlich auch oben oben ein Dach oder so, warte, wie man da hochgekommen ist. Wo hier? Ne. Oder ganz am Ende vom Gebäude vielleicht? Hier sind die Flugzeuge? Ne. Ah, seht mal hier. Hier ist so ein... Ah, hier. Aha. Der steht einfach mal hier so rum. Okay. Der ist natürlich auch mit dem Astronaut da rangekommen. So. Hier rum. Ja, hier wird auch ein Dinges freigeschaltet. Aber da wir jetzt den so machen, den Kurs, brauche ich euch den, denke ich, nicht nochmal zeigen als Parcours. Parcours. War hier nur Geld oder was? Mal hier. Ah, hier ist ein Leiter. Aha. Ähm. Gehen wir erstmal hier nach. Ich will jetzt gar nicht. Da geht's auch noch lang. Oh, und 10.000er Stein. Der ist natürlich 20.000. Werden ist sehr schön. Okay. Ah ja, hier ist auch noch was. Der Weg zeigt da lang. Also der offizielle Weg geht hier hin. Also wir gucken jetzt mal da. Also den Bauarbeiter hier. Das dürfte auch so ein Parcours sein. Also so ein Kurs sein mit dem Press of Thomas. Könnt ihr jetzt mal sehen, wie das funktioniert. Oh, das ist hier hinten noch irgendwas. Ah ja, für den Farmer. Wunder. Gut. 25. Die Scheintsweilen weiter. Okay. auf die knopf steigen wie ihr seht kommt dann hier so ein parcours mit den ganzen die kamera jetzt hier nicht so dämlich Da seht ihr die Uhr. Da müssen wir wohl noch mehr sein scheinbar. Da drüben. Ich bin gar nicht mehr so in Erinnerung, dass es so verteilt sein kann. 10.09. Hier geht es weiter. 3, 2 und wir haben es geschafft. Wann hier sind einfacher, wann hier sind schwieriger. Powerbohrer abgeschlossen. Es gibt einen goldenen Stein dafür. So, noch was anderes? Ne, scheinbar nicht. Okay. Okay. Wir brauchen, dass wir hier nicht den Piedermit brauchen. Ich warte, unten durch, oben rüber. Das ist nix. Okay. Okay. Hier aber auch noch mal für den. Einmal Kaffee trinken. Ja, wir hatten alles, ist überall in der ganzen Stadt natürlich alles verteilt und so. Kaffee Pau. 2 Stück. Kaffee Pau. Kaffee. Ja. Da ist nur ein Farbstein. Schade. vielleicht haben wir den roten hier schon mal kurz gucken die andere seite gucken hier leider auch noch nicht da muss ja noch ein roter sein versteckt ja cooler stein sehr schön für eine katze unsere kürze wahrscheinlich weiter oben wo kann man da Oh, nee. Aha. Ah, hier können wir so ein... Wo ist denn die Katze? Hier oben die Katze gehört. Wo wir brauchen... 50.000... Na ja, aber ein bisschen... Ach so, das ist der Tower. Das ist das Schöne... Vielleicht Zwee bauen... Oh, was ist hier? Moment, hier war noch... Darf der kommen? Pilot... und... Wir können den Bezug gleich erobern. Oh, hier... Eine Katze! Eine Katze... Oh... Gucken, wo hab ich... Achso, hier! Ah, komm, scheiß Astronaut, mein! Ah, ja, aber... Gibt's da ja nichts. Ich würde jetzt zurückspringen. Da brauchen wir ja den Astronaut, oder? Die kommt doch auch nicht hoch, ne? Die kommt doch auch nicht hoch, ne? Guck! 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 Der nimmt zu! Ah, hier ist ein Schwein! Nee! Hier... 80 Tonne, ja. Wir müssen's ja sowieso machen. Schrauber freigeschalten. So, gucken wir mal hier. Ach so, wie kommt man hierher? Man muss ja ursprünglich hier irgendwie herkommen. Von unten geht's, ich denke mal nicht, oder? Ach so, ach da wäre das Loch gewesen. Ah, ich bin doch ein Depp. Da hätte man einfach so da rüberfliegen können. Oh, hier habe ich doch die Katze mir jaun gehört. Was ist auf der anderen Seite irgendwo da drüben? Oh, hier. Oh. Oh nein. Oh nein, das wollte ich nicht. Okay, hier sehen wir noch ein paar. Da ist noch ein Rennen. Da sind noch ein paar Steine. Da sind noch Steine. Ah, okay, hier hätten wir mit dem... Hallo? Oh, hier sind noch Steine. Da sind wir aber eher nicht in die Ohren mit. Oh, naja. So, mal gucken. Nicht hier. Den. Ach hier. Hier ist nichts weiter, oder wie? Nur so. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Das ist der offizielle Wege zur Katze, nicht wahr? Ja. Warum hat der jetzt einfach losgelassen? Genau, das wäre der offizielle Wege zur Katze gewesen. Das ist auch gelöst. Typisch. Gut. Aber hier war noch eine Stelle, die ich mir noch angucken möchte. Und zwar... Hier bringt man ja die Autos immer her. Hinten. Hier. Das geht nicht. Aber wir können ja... Wir können nicht über den Zaun, okay. Wenn wir da von oben runterkommen, dann können wir... Hier auf das Flugzeug gehen. Okay, das geht. Ach so, die geht von hier aus irgendwie. Ach so, hier muss man hoch springen. Und dann kommt man hierher. Okay. Alles klar. Da hätte man schon viel früher hergekommen. Und... Und... Aber ich habe hier nur so Parcours freigeschaltet. Ist ja auch gut. Wie kann ich denn jetzt freuen, ne? Das ist ja ein Verbrecher. Oh Mann, ey. Ach. Leider... Da ist ein Trocken drüber. Okay. Ich dachte, irgendwo müsste hier auch noch ein Parcours trocken sein. Aber anscheinend nicht. Das ist ja auch nicht. Das ist ja nicht so. Die sind ja nicht so. Ah. Oh. Hm. Da ist jetzt Schwein. Ach Gott, der Panik ist mir ja viel zu lang. Freunde. Ja, ich höre jetzt hier auf. Beim nächsten Mal, ja, ich weiß noch nicht, woran wir da machen. Da werden wir vielleicht die nächste Mission nochmal durchspielen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, ich werde das Schwein jetzt noch zur Kanone bringen und wegschießen. Da müsst ihr nicht mehr zugucken. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.